In Lübeck werden in der Manufaktur Rotterglas in vierter Generation Kristallgläser geschliffen und veredelt. Was unsere Gläser so einzigartig macht, ist das handwerkliche Können unserer Glasschleifer, sowie deren Aufmerksamkeit für Details. Einzigartig ist das breite Spektrum an Farben und Dekoren. Jeder mundgeblasene Rohling besteht aus zwei Schichten, innen klar, außen farbig. Durch den Schliff wird nach und nach der Blick durch den Farbüberzug freigelegt und es entsteht ein spannender Kontrast aus Transparenz und Farbe. Unbedingt erforderlich sind Fantasie, Kreativität und Präzision. Während des gesamten Schleifprozesses muss die Schleifscheibe regelmäßig geschärft werden. Zunächst wird die Oberfläche des Glases durch horizontale und vertikale Linien aufgeteilt. Eine für den vorhergesehenen Schliff geeignete Diamantschleifscheibe wird an einer Drehachse befestigt. Stetig tropft Wasser auf die Schleifscheibe und verhindert dadurch, dass das Glas zu heiß wird. Die farbige Schicht wird weggeschliffen. Erst mit langjähriger Erfahrung und durch präzises Arbeiten können die Schleifer die Stärke der Schicht genau einschätzen. Der Winkel, in dem der Schleifer das Glas an die Scheibe setzt, muss wohl überlegt sein, um den Schleifpunkt genau zu treffen. Und immer noch ist jedes Dekor eine Herausforderung. Am Ende werden die Gläser poliert, sodass deren unverwechselbare Brillanz entsteht. Jeder Glasschleifer signiert das von ihm geschaffene Unikat. Innovation, Tradition und Qualität schaffen Werte für Generationen. Bis unsere Glasschleifer ihr Handwerk perfekt beherrschen und alle Schliffe umsetzen können, dauert es nach der Ausbildung noch bis zu sieben Jahre. Unsere Gläser sind in zahlreichen Galerien auf der ganzen Welt ausgestellt und bei ausgewählten internationalen Händlern zu beziehen. Längst sind aus den Kunstobjekten Kultobjekte geworden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Der letzte kritische Blick und dem handsignierten Glas wird das Qualitätssiegel verliehen. Längst sind aus den Kunstobjekten Kultobjekte geworden.